Ein Wurm, ein Regenwurm, der sich selbst verknotet hat. Das habe ich noch nie gesehen. Der hat tatsächlich einen Knoten. Eigenartig. Ich weiß auch nicht, ob ich ihm helfen soll. Das war schon die ganze Zeit. Der kann sich doch so gar nicht einbuddeln. Merkwürdig. Er arbeitet aber mit beiden Teilen. Der sich wieder entknotet alleine. Das beobachte ich jetzt mal. Ich muss nur aufpassen, meine Fäder. Die ist gerade hier mein Seidi. Das ist ja... Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, die Tierwelt ist schon faszinierend. Aber da hat das Ende gleich durch. Fee, geh mal weg hier. Ja, so viel ist das nicht mehr. Ja, so viel ist das nicht mehr. Das ist ja nur noch so ein Stück. Da kann man es glaube ich sehen. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Na, kriege ich den Knoten noch auf? Oder wird der Knoten immer mehr zu? Also ehrlich. Das hat ja vor, da rein zu gehen. Das hat ja vor, da rein zu gehen. Aha. Aha. Was kriegst du denn noch hin? Jetzt zieht der den Rest so rein. Tatsache. Bisschen Erde mal abmachen. Mhm. Das ist ja faszinierend. Ja. Das ist noch ein ganz klein bisschen ein Ende darüber. Ich weiß gar nicht, ob man es mit der Kamera so gut sehen kann. Hier ist noch ein Zipfel, glaube ich. Aha. Jetzt sieht man. Ah, ist offen. Zack. Jetzt ist er drin. So. Und tschüss. Super. Ife ich die Kamera. Ich helfe. Ich würde erinnert.